Oh, oha, es geht los. Das glaube ich ja nicht. Bei Level 300 ist irgendwas gegen uns wahrscheinlich hier so. Machen Sie sich bereit zum Angriff? Nee, es hält sich nur an Grenzen. Sagste. Ist okay, ist okay. Das sind die zweite Counts. Ich glaube auch. Cookie Lina, Level 16. So ist gut, so ist perfekt. Der 87er, was ist der eigentlich? Ist der wirklich 87? Naja, der hat keinen Stern. Achso. Alles klar. Wann haben wir Angriff? Scheiße. Jetzt haben alle eine große Klappe, ne? Jetzt kommen wir nicht vorbei. Ich wollte gerade Tropio nehmen. Am Angriff ist ja scheiße. Wir wollten auch mal gewinnen, ne? Ja, das ist der Plan. Mann. Hallo, wenn ihr schon irgendwas spielt, was ihr nicht könnt. Ferra spielen, was ich nicht kann. Was spielst du jetzt? Ferra. Was sonst? Was denn sonst? Spiel doch mal einen anderen Charakter. Ich wollte Tropio nehmen. Das bin schließlich die Leute doch. Ich wollte Tropio nehmen. Ja, mach mal. Im Angriff ist sehr schlecht. Dann wechselst du später. Aber soll ich da hinwechseln? Keine Ahnung. Anderes Match. Wir machen dann einfach ein Rückmatch gegen die und dann kann ich Tropio nehmen. Oder ist der mitfahren? Ich bin gespannt. Oh Mann, ist das abgefahren? Alex fährt hier schon wieder an der Tür hoch. Ah, hier wieder Müsli. Alles klar. Zur Stärkung. Ja. Dann kann man Wände hochlaufen. Oh, die Bombe ist ja cool. So. Schauen wir mal. Der gute Weynard. Aber sein Schild ist gleich down. Tracer. Oh, fuck, fuck, fuck. Verdammt. Haben die zwei davon oder was? Hm. Ja, nee. Nee, 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 nee. Ach nee, der links haben sie noch ne. So, ich muss Schild aufladen. Ja. Ja. Okay. Ui. Na, Alter. So. Reynard ist tot? Ja. Sehr schön. Die einen Tracer auch. Ah. Oh, May. Wo ist sie denn? Da. Oh, verdammt. Nein! Oh, die Mercy muss weg. Oha. Mercy ist weg. Sehr schön. Die May ist tot. Oh, man sah ja auch down. Nice. Ah. Der Junk wird's auch weg. Irgendwer in Sicht? Nö, ne? Äh, ja. Und dann Reynard kommt. Oh, okay. Gut. Der Oldie ist bereit. Reynard zweck. Na, sieht doch gut aus. Easy. Tief. Aber wirklich. Das war jetzt dann quasi die große Klappe. Jetzt kommt Punkt 2. Jetzt kommt Punkt 2. Wir gehen rechts lang. Ja. Ja. Wiedersehen, Bastion. Was, Bastion? Der wollte gerade hinten hochlaufen. Ich hab ihn von der Dings gekippt. Ah. Oh, verdammt. Junk wird down. Mh. Mh. Ist da noch irgendwo hier? Mercy ist hinten, ja? Komm raus aus dem Stein. Oh, shit. Nein. Oh. Verdammt. Na, richtig schön hin. Mist. Ja, shit. Also ein bisschen Heilung hier irgendwie. Shit, hat gerade jemand eingesammelt. Bin noch nicht wieder da. Hm. Naja, macht nischt. Ich lauf gerade auch neu ran. Wollen wir uns sammeln, oder wat? Wärts, ne? Wäre nicht verkehrt. Ja. Gut, wollen wir wieder rechts durch, dann? Ja. Oh, mein Ulti ist fertig. Na? Also wollen wir dann... Gut. Gehen wir rechts durch. Kommt ihr? Okay. Aber ich bin auch hinten, ne? Ach so, naja, dann... Also beziehungsweise, naja, hinten ist relativ. Na, wenn du rechts durchkommst. Boah. So, ich hol mein Ulti raus. Oh, ne. Easy. Alter. Nein, betäubt. Oh, ne. Was soll das denn? Wie gemein. Nein, da hat er mich noch erwischt. Okay, ja, mich leider auch. Boah, da hat er gut aufgeräumt, leider. Schade, ja. Mario eskaliert. Aber wo seid ihr denn? Na, jetzt wieder gleich da. Ja, wir laufen gerade alle neu ran. Na, kommt mal rin. Boah, das ist ein Bestständ, schade. Geht an meiner Position entstanden. Ach, mir wird gerade durch. Ich bin hinter dir, Alex. Ich bin auch hinter euch. Wo ist denn er? Ach, Best schon hinten? Naja, der... Jetzt bin ich gerade drauf. Oh, wo ist er denn? Ja. Ja. Oh, shit. Ja, ich hatte ja mein Schild an. Da rollt er ja durch. Ja, so ein Schild rollt er durch. Boah. Oh, hat er mich jetzt... Oh nein, Reynard hier. Kommt durch den Gang. Ach, ja. Ist er runtergefallen. Richtig gut. Hat er gut gemacht. Na, so soll's sein. Ich gehe wieder rechts rüber. Oh, Mist. Also, ich flieg außen rum. Bin tot. Okay. Ich gehe einmal durch die Hütter durch. Bin bei dir, Alex. Ja. Der Krieg kommt halt zu. Komm, okay. Nee, zu viel. Wer ist denn gerade auf dem Punkt? Best schon müssen wir weg holen. Meine Ulti ist ready. Muss denn der Best schon? Kannst hier ne Megge wieder. Ah, seier, Mann. Boah, der nervt euch noch. Der Best schon ist übel, nerv ich ihm. Ja, und seier, nervt hier auch ganz schön ab. Ich hole ihn ja gleich. Gleich mal hol die. Boah, ey, die feuert das hier immer... Nein. Oh, die hat mich... Oh, wo ist er denn? Ich hole mir den Best schon gleich. Ich bin auf dem Punkt. Okay, komme. Ich bin auch da. Okay. Oh, nee, jetzt kommen sie alle. Oh, der hat Ulti gezogen. Mist. Gefreeze. Oh, shit. Nee. Aua, aua. Oh, was ist denn hier los, ey? Weil der Ulti ist fertig. Wie kommen die denn alle in der Luft? Oh, weia. Oh, weia. Oh, jetzt hatte ich hier... Ich bin auch dran. Boah, ist nicht mehr. Ich bin auf dem Punkt. Könnte ich hier mal irgendwie in einen... Oh, nachladen. Oh, die Meme muss weg. Weg. Sehr schön. Gleich nochmal da. Oh, jetzt, jetzt, jetzt kommt er. Sehr schön. Jetzt haben sie eine Tracer. Ach, Mensch. Komm doch auf den Punkt, komm doch auf den Punkt. Jo. Wir sind immer noch nicht weitergekommen, ne? Ah, shit. Reinhard. Zeit für ein Zettel. Wurde ist ready. Jo, meine auch. Bin tot. Okay, wir sind grad zu dritt hier hinten. Naja, wir kommen grad hinter. Boah, dieser Rest. Hauptsache, ihr könnt euch noch halten. Auf den vier Stücker ist mittlerweile. Oh, ja, ich bin gleich da. Boah, sch... Boah. 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 Boah, ich bin mit drauf. Boah. Oh, nein. Boah, dieser Freeze, es ist nicht wahr. Boah. Leider schon. Halt' den Ausmau bitte. Boah. Okay, sieht gut aus. Mario ist noch drauf. Diese blöde Mei. Die eurem ein bisschen. Oh, aber? Sieht gut aus. Oh, komm, Schoch. Mann, Zaya, ey. Ah, fuck. Von rechts kommt noch der Junkrat, den hab ich grad nicht gesehen. Kriegt ein bisschen Heilung. Oh, Mann, soll ich schon an. Ey, das ist doch nur noch so ein Stück. Oh, Mist, ey, noch so ein Stück, schau. Das ist doch nicht wahr, ey. Meine Ulti war gerade wieder ready. Oh, nee, jetzt tickt's runter. Ist egal, wir sammeln uns jetzt noch mal kurz und dann wollen wir den Laden auf da. Okay. Von vorne, rechts, oder wo? Ich würde sagen, rechts wieder lang. Dann brauchen wir da nicht durch. Jo, mach das, Jürgen. Ich mach ein bisschen Stress von links. Ja. Oh, nein. Reinhard down. Zaya erwischt. Okay, nein. Aber, oh, nein, ich hasse Mei. Mann, Mei, ist doch nicht wahr. Jeder hasst Mei. Ja. Oh, nee, Mercy. Jetzt sind sie alle da. Oh, scheiße. Ich geh hinten runter und zünd' den Ulti. Mach mal. Ja, ich bin down. Ah. Mann, Tracer. Wie seiner Gespräche stand der Reinhard vor mir. Ich komm hier nicht weg. Nein. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist so ein Fischer. Mhm. Ist nicht wahr, ey. Warum halten die denn? Kann ja nicht wahr sein. Jetzt müssen wir mal ein bisschen... Jetzt müssen wir ein bisschen hier ziehen, ne? Ein bisschen Hände machen, ne? Geht's wohl nicht. Der Druck muss einfach groß genug sein, weißt du? Oh. Reinhard ist tot. Geil. Boah. Also, ich meine natürlich, wer schläft. Unserer. So. Saya ist down und rechts ist grad der Junkrat. Ja, ja, ja. Down und. Oh, yeah. Geil. Glaube. Zum Auftakt. So. Uiuiui. Uiuiui, sag ich nur. Sieg ist Sieg. Ja. Na, warum denn wieder das gegnerische Team? Na, darum. Was ist denn das? Ich verstehe das immer nicht. Immer diese Reifen. Ja. Geil. Aber, tja, wer den Sieg hat, ne? Hat den Sieg. Genau. Um das mal hier ganz logisch festzuhalten. Okay, es ist 30 Eliminierungen. Boah, aber als, äh... Du fühlst schon so viel heilen, ist auch nicht schlecht. Ich muss da mal ein bisschen was killen, hier. Wenn wir das schon nicht übernehmen, ne? Na, eh. Ja. Ja, cool. Erster Sieg des Tages, jawohl. Wahrscheinlich der Letzte. Bisschen Zuversicht, bitte. Boah, die Nächste. Ja, wirklich. Das war schon Zuversicht. Oh nein, jetzt los ist ein neues Team zu. Nein, das war unsere Chance, noch mal zu gewinnen. Ach, Mann. Geschätzte Zeit, vier Minuten, ne? Das ist ja super. Ach ja. Dann nutze ich noch mal die Chance, wenn du mal ganz kurz AFK. Bis gleich. Ach ja. Ja, das lief ja schon mal sehr gut. Auf jeden Fall für den Anfang. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Das haben wir wahrscheinlich nie mehr so viel Glück. Obwohl... Oh, oh, oh. Match gefunden. Träte Match, Breuer. Alles still. Du, Haru. Eckerfisch. Das sieht auch noch mal gut aus. Verteidigungsschlein. Komplexeinlich, aber das ist nämlich mal hier... Dingens. Traubjörn. Mal richtig verkacken. So. Wenig Teamschaden. WB, Anni. Die ist noch nicht wieder da. Ich muss sie noch mal wählen, weil sonst fliegt sie raus. Ah, okay. Mal kurz Bescheid geben. Was man zusammenbauen kann, kann man auch zerlegen. Ich hasse es, mit diesen sprechenden Blechbüchsen zu arbeiten. Hat man aber auch nicht oft, dass man relativ schnell ein Match findet, obwohl da vier Minuten steht. Meistens sind ja genau andersrum. Das stimmt leider. So, da bin ich auch wieder. Ja, wirklich. Danke, danke. Braucht euch mal das Gegner-Team an. Okay. Ist ja schön, dass du mir hier schon best-schlein aufs Auge gedrückt hast. Verteidigung. Da hab ich alles zweit über die Welt bekommen. Ich musste ja irgendwas wählen. Ja, ist ja schon richtig. Für die Verteidigung finde ich den ja auch eigentlich immer ganz gut. Das muss ich rennen. Schnapper. Ich mag jetzt das. Wir nehmen auf jeden Fall einen Lucio. Oh shit, ey. Ich komm überhaupt nicht pünktlich an hier. Meier. Ich weiß, dass er gleich kommt. So. Dann machen wir das mal, wa? Ja. Na, dann gucken wir mal, ja. Lucio ist ja schon raus. Ja, ja. Oh, nach oben ist der Sniper noch, glaub ich. Ey, da oben ist der Diva, glaub ich, auch noch. Oder was ist da? Ne, nur die Farbe. Besser als hinter uns. Ja. Dann kommen wir da raus. Komm, ja. Ah ja, okay, wir schieben. Ah, okay. Widowmaker, oder? Oh, links hinter euch ist ein Reaper. Der ist im... Ist das ein Reaper? Oder ein Soldier. Irgendwas war da ins Haus. Der Jaser ist auch hinter uns. Ja. Ja, ist Reaper. Na klar. Bis bei euch. Oh. Okay, erwischt. Ich hoffe halt nur... Oh, da ist schon wieder ein Haus hinter euch. Die Ulti ist bereit. Bild ist da. Ja, die haben auch einen... Oh. Okay. Rums ist ein Sniper. So. Jo, mich hat... Links ist schon wieder... Der Reaper. Im Haus? Ne, links auf der Terrasse da. Achso. Wie man das nennen will. Hinter dem Torbogen. Ah, shit, die hab ich nicht davon gekriegt. Aua. Ne, Mist, hat's mich erwischt. Da geht noch die Nerven dauerlich. Schade. Halbe Stunde Laufweg hier, wa? Aber wirklich. Aber das ist beim Anubis-Tempel ja immer noch viel schwer mit diesem Laufweg. Mit dem Torbjörn, ey, trefft die Gruppe nichts. Die kommen über die Treppe hoch. Drei oder zwei Wander. Und dann mal wieder weg, keine Armonieren sind. Ist ja egal. Auf oder weg. Werden schon gleich wieder ankommen. Na, wahrscheinlich. Der Reaper ist rechts. Achtet auf mein Geschütz! Mein Geschütz ist gerade ein bisschen unter Beschuss. Äh, Widowmaker und Reaper sind rechts unter deinem Geschütz. Na ja, gucken. Ja, ich bin doch noch eine Hansauer-Treppe gekriegt. Ach, nicht erwischt, shit. Ich weiß gar nicht, gibt das überhaupt noch? Ja, wo sind die alle? Ja, ich frage mich auch. Komm, Kerle! Kommt wirklich gerade keiner? Ich war jetzt am Auto. Oh, ich höre ein Geschütze. Ja, das ist meins. Okay. Okay. Weg. Ich gucke nochmal, von hinten was kommt? Nee, Alex, du kommst von hinten. Alles klar? Jo. Ähm. Oh, fuck. Dann habe ich gerade dem Sniper-Generalen ins Visier geguckt. Oh, fuck hinter mir. Uh, Tracer noch erwischt. Ich glaube, der Sniper ist ja überhaupt noch gar nicht. Und doch einmal war unten. Der hat mich ja vorher schon gekillt. Ach, ne, die haben zwei. Oben, Farrah, Vorsicht. Oh, Mann! Widow springt immer unten rum. Reaper da. Das war denn seine Idee. Das war eine super Idee, fand ich. Wunderbar. Das mag ich immer besonders. Oh, da ist sie wieder. Jetzt haben sie einen Reinhardt. Oh, nein. Einen Reinhardt, Entschuldigung. Ja, ich muss mich auch dran gewöhnen. Ey, scheiße, wer schießt denn hier schon wieder? Hinter mir, Widowmaker hinten im Haus. Weißt du, kann die doch nicht. Ich bin gleich an der Front wieder. Unverschämt, stimmt. Screechy und Sonics. Nein. Oh. Session Clemens. Oh, da, gehen wir ab. Überhaupt her, Reinhardt. Viel Spiel mit dir. Mein Geschütz. Stunden später. Fahrrad oben. Nein, ich bin... Na, die hat mich ja weggesnipert. Oh, Reaper. Aber die konnten noch nicht viel weiter... Wir warten mal, da ist alles gut. Schieben. Oh, da sind sie. Okay, Reinhards Schild ist gleich da. Oh, Mann, wo ist die blöde Kuh? Aua, da oben auf dem Dach. Nein. Ach, das war Hansu? Nee, das war Widowmaker. Alles klar. Ich dachte gerade schon, die hätten noch einen dritten. Oh, nee, jetzt haben sie den Checkpoint. Aua. Okay, Freunde. Müssen wir nochmal kurz den Plan wechseln. Mist. Achtung. Oh. Nein, Reaper. Oh, du blödes Stück. Jetzt gehe ich mir erst mal die Sniper holen. Ah, da habe ich nicht erwischt. Lass dich nicht aufhalten. Nö, nö, ich... Boah. Kann ich hier mal diesen blöden Reaper achten? Ja, ich nehme... Oh, nein, Mann, jetzt habe ich gleich wieder die Widowmaker. Ach, nö, und den Reaper. Okay, das war eine ganz blödscheuerte Idee hier. Clemens, du kannst sehr schön hüpfen. Das muss ich betonen. Das sah gut aus. Da hat mich die Pfarrer gekillt. Unglaublich. Boah, jetzt ist der Weg hier wieder. Wie leichtfertig dieser dicke Reinhardt spricht. Oh, nee, hinten ist die Olle. Die Olle. Die Olle. Welche von den vielen... Die Widowmaker, die Olle. Alter. Jetzt hat die sich da so... Vorsicht. Reinhardt ist durch. Einmal durchgerannt, ja. Oh, der hat Ulti an, der blöde DJ. Ah, Mann. Kann ich auch. Kannst du auch? Okay, die eine habe ich erwischt. Von wo geht es hier schon wieder ab? Oben steht Reinhardt. Reinhardt ist down. Oh, ich wollte gerade anscharfen. Tut mir leid. Nächstes Mal lasse ich die dir. Oh, was? Wo geht es hier schon wieder ab? Überall. So. Oh ja, sehr gut. Reaper, verpiss dich. Der mag dich. Ob hier irgendwie noch jemand nach hinten kommt. Boah, diese Widowmakers, die die haben, ey. Ich bin in Reaper... Oh nein, nein. Ist down, ist down. Das Problem, ich sehe gerade gar keinen Sniper. Oh, hier ist einer. Ich mache Reinhardt. Shit down. Reinhardt down. Man. Aua, aua, au. Ah. Oh, die Olle Widowmaker. Und der Reaper, der Reaper kommt. Vorsicht. Oh nein. Ich sehe mal, nicht von wo. Zurück, um. Reaper ist down. Sehr gut, das ist ganz von hinten. Widowmaker links hinten. Boah. Steht von hinten. Tera fliegt. Tera fliegt. Hm. DJ, ho ab. Boah, mhm. Oh, ey, Widowmaker. Leck mich doch mal am Bein hier. Ach, Mann, ey. Hast du noch zehn Lebenspunkte gefühlt und dann hast du noch von der Widowmaker gekillt. Oh, krass, da ist die andere. Nein, die habe ich überhaupt nicht gesehen. Die eine steht, ähm... Rechts um die Ecke steht einer. Ja, genau, links um die Ecke. Da steht die auch immer noch. Da habe ich schon. Super. Na, die hat mich auch gerade gekillt. Oh, einer schiebt. Ich bin leider direkt mit nur ein paar Lebenspunkten vor ihr gelandet. Sehr schön. So, mein Ulti ist ready. Noch 60 Sekunden. Bleibt einfach alle beim Auto. Wir können es ja eh nicht schieben. Ich gucke halt mal, ob hier irgendwie was kommt. Noch ist nichts zu sehen. Einfach zurück. Da kommt der von hinten. Ah, sieht noch gut aus. Ah, die haben einen Affen jetzt. Oh, nee. Oh, doch. Oben links, oben links, ähm... Achtung. Scheiße, ist das denn die blöde... Nein! Boah! Ah, wie unangenehm. Okay, das... Jetzt schieben sie. Scheiße. Oh, nee. Sehr schön, Mario. Ich will gleich mein Ulti raus. Der ist nicht eigentlich alles da noch. Hat er gerade noch, glaube ich. Ja, ich lauf gerade ran. Oh, Mann! Okay, einmal... Okay, einmal... Ist ja noch jemand am Auto? Von denen, glaube ich, keiner mehr, oder? Farrah, doch, gerade... Oh, Farrah. Ist weg. Reaper. Links, der Reaper. Ist down. Reaper ist weg. Ist weg. Irgendwo ist Widowmaker, aber... Ja, zu spät, Wolf. Immerhin. Immerhin geworden. Ne? Ja. Sack Clemens und ist enttäuscht. Ja. Am Anfang habe ich echt, äh... So wie nix getroffen. Jimmy. Bei mir lief's irgendwie nicht so, dieses Spiel. Dieses Spiel. Hallo. Immer so frech. Oh, schön. Ja. War schön, das auch. Das ist in Ordnung. Kann man mit leben. Mhm. Mensch, gut geblockter Schaden hier noch von Clemens. Ewisch. Na ja. Ich treffe ehren Schwarzen. Den Tausenden ist nicht so viel. Zum Aufbau, Clemens. algunos. Aufbau, de 이게 nef therene Earth use. Lewis, Da.